Wie geht's? Hallo? Ganz Deutsch! Viele Leute sagen, dass die Deutschsprache aggressiv klingt. Aber das finde ich nicht. Das klingt sehr wunderschön. Dein Deutsch ist so süß! Zdrab, Zdrab! Seid ihr Deutsche oder? Ja, wir sind Deutsche. Krass, du Deutsch! Du bist hier! Oh, Eben! Geil! Geil! Hallo? Hallo! Hallo, wie geht's? Wie geht's dir? Super, danke! Was machst du so? Nichts, nichts. Und du? Auch nicht wirklich was. Seid ihr Deutsche? Ja. Wo wohnst du in Deutschland? Nähe Mainz. Wo seid ihr jetzt? Ist es Zimmer oder draußen? Drinnen. Aber es ist Haus oder? Dachboden. Dachboden. An sich, ehrlich, gut Deutsch. Vielen Dank, ich versuche zu lernen. Und ich glaube, diese Sprache sehr schwierig ist. Sie versucht, Japanisch zu lernen. Wirklich? Ja. Also, kannst du ein bisschen sagen? Vielleicht? Sag mal. Äh, noch nicht. Ich kann nur das Alphabet. Sie kann auch ein paar Sachen sagen, aber sie traut sich nicht. Konnichiwa. Ja, zum Beispiel. Konnichiwa. Ja, 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 ja. Gut, auch Sprache. Ist gut. Wie ist dein Wochenende? Mein Wochenende? Genau, wir waren heute beide Kellnern. Also arbeiten. Und genau, sonst ist es ein entspanntes Wochenende. Spannend. Ja. Deins? Ich bin ein bisschen... Besch... 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 Beschäftigt. 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 Ja. Aber trotzdem macht das Spaß. Mhm. Ja. Hast du Hobbys? Äh, ja. Mein Hobby ist, andere Sprachen zu lernen. Und äh, außerdem... Ich reise gerne... Außerländer. Ähm, genau. Ich war in Kroatien. Ah, Kroatien. Griechenland, Ägypten. Mhm. Und... Spanien. Wow, wow. Viele Länder. Ah, und du? Und du? Äh, Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland, glaube ich. Das ist cool. Also, ja, ich habe gehört, dass Spanien am liebsten Urlaubs... Urlaubsziel. Ziehen? Ja, 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 ja. Kanadieninsel. Ja. Wo warst du schon? Eigentlich früher habe ich in Spanien gebohnt. Mhm, mhm. Also, ich war in anderen europäischen Ländern. Also, zum Beispiel Frankreich, äh, England, ja, und so weiter. Aber, was ist dein Lieblingsland? Ah, ich muss überlegen. Mhm. Seit ich klein bin, reise ich eigentlich fast immer nach Spanien. Aha. Wegen, denke ich, Spanien. Aha. Aber Ägypten war auch wirklich sehr schön. Ja. Ja. Hallo. Hi. Wie geht's? Hä? Warum? Warum? Wie geht's dir? 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 Super, danke, super. Bist du, bist du Deutsche? Oder... Krass. Krass. Hahaha. Was machst du denn? Langweilen. Langweilen. Ich hoffe, ich hoffe. Hallo. Hallo. Du sprach Deutsch? Hau genau. Du sprach Deutsch? Ein bisschen Deutsch, aber... Ein bisschen? Jetzt lerne ich Deutsch. Oh, dein Deutsch ist so süß. Danke, süß, danke. Wie heißt du? Lena. 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 Ich heiße Kazuma. Kazuma. Mhm. Viele Leute sagen, dass die Deutschsprache aggressiv klingt, aber das finde ich nicht. Das klingt sehr wunderschön. Ja. Ja? Ja, na klar. Ich habe schon ein paar Koreaner getroffen, aber die haben eher Englisch gelernt anstatt Deutsch. Aber eigentlich bin ich Japanisch. Japanisch? Japanisch. Wow. Ah, darum machst du ein einfacher Name. Einfacher Name, ah. Kazuma ist ein relativ einfacher Name. Wenn ich so andere Namen sehe, so Koreaner... Ja, das ist etwas anderes. Es ist schwer zu erinnern. Ja. Bist du krank? Ah, ja. Ah, wirklich? Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Mein... Ah, Gesundheit. Du sagst Gesundheit, wenn jemand genießt hat. Also zum Beispiel, wenn jemand Hatschi gemacht hat. Dann sagst du Gesundheit. Ah, Gesundheit. Ah, wie... Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Okay. Ah, like get better. Ja. Get better soon, get well soon. Aha. Something like this. Ah, ich verstehe. Also... Also... Ja bitte bitte bitte. Was machst du hier? Nichts. Nichts. Wenn ich einfach... Langweilig. Langweilig? Aha. Wow. Raust du? Nein, 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 nein. 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 Wenn ich mir das anhöre und mir das sowieso nicht wieder anhöre. Hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Gut, danke. Ist das Bosnien? Ja. Bist du von Bosnien oder? Ich bin von Bosnien. Zdrabu, zdrabu. 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 Ich kann mich besser. Naja, ok. Und du? Wo kommst du her? Deutsch. Thailang. Thailand? Ja. Oh, das ist überraschend. Ah, kannst du nicht Thailandisch? Nein, überhaupt nicht. Ah, verstehe. wie viel sprachst du denn? gar nicht nur deutsch englisch, französisch französisch auch? bisschen ja englisch, französisch also halt deutsch und bosnisch ah bosnisch woher kommst du? ich komme aus japan aber warum hast du diese bosnische flagge bosnische flagge keine Ahnung krass seid ihr Freundin oder? ja beste Freundin beste Freundin hallo hallo wie geht's? gut seid ihr deutsche oder? ja wir sind deutsche ja wir leben in deutschland aber wir sind keine deutsche wo kommst du her? uk albanien uke albanien 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 ja wirklich wirklich gut wirklich gut wo hast du gelernt? bei mir selbst internet das ist mein hobby das ist mein hobby das ist mein hobby auch ich liebe lernen wirklich? ja wie viele studen türkisch german englisch korean spanish arabic japan japan wir können nur ein paar words wir versuchen lernen korean das ist gut und du? wie viel sprach albanisch bisschen türkisch auch und ich bin auch albanisch wegen sie bisschen türkisch ich lehne auch koreanisch und spanisch und ich will auch japanisch lernen wow krass wie man sagt wie geht's in albanisch? äh tschüssi 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 oder tschüssi tschüssi und gut? gut mir 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 ja und danke wie man sagt fallemendirit fallemendirit mhm gut okay korean dschüssi tschüssi wie korean indonesia arabia russia korean korean tschüssi japan aber natürlich das ist mein normales Du lebst in Japan? Ja, ich wohne in Japan. Und... Welche? Tokio oder welche? Ah, Nagoya. Kennst du, oder? Ah, ja. Ja? Aber warum? Das ist nicht bekanntes Stadt. Aber ich hab mal gehört. Welche Stadt empfehlen zu besuchen? Also definitiv Berlin ist ja auch die Hauptstadt. Da gibt es viele Sachen zu sehen. Ja, Frankfurt. Ah, Frankfurt. Düsseldorf. Ah, da wollen wir beide auch mal hin. Da waren wir sehr... Aha. Ja, aber da gibt es sehr viele kleine Cafés. Mit so richtig süß gestalteten kleine Cafés. Es gibt viele Städte, die ist interessant. Ja, groß, groß. Ich habe vergessen zu fragen. Wie heißt du? Ich heiße Jean. Jean? Ja, ist von Französisch. Und ich heiße Amélie. Amélie? Ja, das ist auch Französisch. Französisch Name. Ja. Und du? Deine ist nicht Französisch. Nein, aber es gab einen französischen Film und den haben meine Eltern immer geguckt zusammen. Und dann haben die mich nach dem Popcharakter genannt. Ah, das ist interessant. Okay. Ah, ich heiße Kazuma. Kazuma? Kazuma. Schöner Name. Ah, ich nenne du auch. Wirklich schöner Name. Wie spät ist es gerade in Japan? 7 Uhr. Oh. Morgens? Morgen. Morgen. Und in Deutschland? 11 Uhr Abend. Ah, 11 Uhr Abend. Schlafen Sie nicht? Oder? Wir sind noch auf einem Geburtstag. Bundestag? Ja, meine Tante. Deine... Ah, okay. Ich war überrascht. Ah, wow. Alles Gute zum Geburtstag für deine Ante. Sag ich ihr. Ja. Viel Glück mit deinem Japanisch. Danke. Ja. Dir auch mit Deutsch. Ah, vielen Dank. Ich hoffe euch einen schönen Abend. Danke. Dir auch. Dir einen schönen Tag. Ja. Schönen Tag. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.